Jochen Götz ist am Sonntag im Alter von 52 Jahren verstorben. Der Finanzchef von Daimler Truck sei am Sonntag bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Finanzchef des LKW-Herstellers Daimler Truck, Jochen Götz, ist tot. Der Manager sei plötzlich und unerwartet im Alter von 52 Jahren verstorben, teilte der DAX-Konzern am Sonntagabend in Leinfelden-Echterdingen mit. Götz sei am Samstag bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen. Er hinterlasse eine Frau und zwei Kinder. Aufsichtsratschef zeigt sich bestürzt. Der Tod von Jochen Götz ist für Daimler Truck ein riesiger Verlust, menschlich wie beruflich, sagte der Vorstandschef des Unternehmens. Auch Aufsichtsratschef Joe Kaeser zeigte sich bestürzt. Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht würdigte Götz als langjährigen Wegbegleiter und vertrauenswürdigen Ansprechpartner, einen Freund.